So, ba-bam. So, kurz nachladen. Gib mir das. So, und wir sind jetzt im Regierungssektor anscheinend. Oh, schade, schade, schade. Schöne Midi-Pack, Mittel. Es ist ärgerlich, aber was willst du machen? Was willst du machen? So, und der Regierungssektor ist komplett überrannt, ja? Außen. Okay. Oh ja, schaub, 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 schaub. So, jetzt könnte man natürlich noch hier drüben das ein bisschen einsacken, damit das jetzt hier nicht so total vergeudet ist. Das wäre schade drum. Wahrscheinlich müsste ich auch mal wieder ein bisschen mit dem Klasma-Katter schießen, um die Munition ein bisschen runterzubekommen. So, okay. Mal schnell das Speichern. So, und dann geht's mal weiter. Mal schauen, wer sich uns jetzt hier in den Weg stellt. Oh, nein. Oh, nein. Hier kommt meine große Fresse, ey. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Das ist so? Oh, nein. Gut, gut. Zuruf. Zuruf. Betty, bekommen Sie nicht nur zur Fabrik auf? Sind Sie irre? Da bin ich nur noch rausgekommen. Das geht nicht im Endeffekt von diesen Dingern. Schau auch! Schau. Oh, scheiße. Okay, cool, cool, cool. Ich gebe meine Codes ein, aber es funktioniert nicht. Oh, krass. Oh. So, mal ein bisschen Distanz hier. Ja, lass dir Zeit, Mäuschen, das ist gar kein Problem. Krass. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, die Frage ist jetzt halt, kommen die jetzt halt wirklich Endlessly, die Waves, oder... Okay, nice. So, weil, die haben wir natürlich alle irgendwie immer noch dabei, die kleinen Freunde. So. Oh. Oh. Jetzt fällt mal ein. Luft ist hier anscheinend nochmal ein Thema. Das habe ich jetzt gerade ja angemeldet. Das ist ja witzig. So, das zieht mir auch schon wieder nach oben. Okay. Ellie, sind Sie da? Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur... Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Ich muss meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Und legen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. Ähm... In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Passieren. Na dann. Alles klar. So. Mir geht es nicht so gut. Mir geht es nicht so gut. So, mal schnell ein bisschen aufgepimpt. Kapitel 8 So, können wir aber nicht bedienen hier Sieht ja auch nicht mehr so gut aus Wo geht's denn hier? Eingang zur CEC Hauptanlage Okay Die Atmosphäre ist einfach der Hammer Audio lock Alle Teams, bespricht Caleb Xenogiologe der Entenfortschicht 1 Was ist in der Anlage? Wir haben drei Leute von der Run unterreißen Schicht für mich Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun Kommunikation ist schwankend Geht du auf an den Ring? Caleb, das ist noch mehr, knall dir! Klairsich ab! Klairsich! Oh, fuck, ey Du bist ja quasi auch noch irgendwie Zeuge des Massakers Das ist einfach gut Ich hab noch sieben Knoten, das ist sehr gut Und jetzt bräuchte ich natürlich mal so eine schöne, geile Werkbank So, okay Oh, krass Oh, krass Oh, shit Oh, scheiße, Alter Die haben sie ja mal fertig Die haben sie ja mal fertig gemacht Ah, scheiße, dick Oh, Mann Äh, bei dir traut ich ja da drüben mal so, ja, nee, ma Kumpel Scheiße Okay, hat ihn jetzt nicht so geübt Ah, wo kommt der Dicke? Wo ist der jetzt in mir laufen? Oh, Gott, Alter Ein Stretch Ein Stretch So, hier haben wir nochmal schnell einen Energieknoten rein Ich hoffe, es rentiert sich Ah, sieht ganz gut aus Hoff ich Wie geht klein Schema Klassischer Anzug Klassischer Anzug Wie schön Halbleiter Gold Okay, also rein vom Finanziellen her Glaube ich Hat sich jetzt nicht so unbedingt rentiert Aber wir haben halt Äh, das Schema Hat das klassischen Anzugs gefunden Das finde ich ganz cool Haben wir die nicht so erschaffen? Das war eine Kacknummer Das war scheiße Midi-Pack Oh, je Oh, je Lass mal schauen Weil wenn du die Dicken Die hier gerade vorne um die Ecke kamen Blöde triffst, explodiert ja Und überall kommen diese kleinen Viecher raus Irgendwie Und die Ja, wenn die halt in einer Zu hohen Masse kommen War's das dann Die catchen dich einfach unter den Raum Es gibt die Akten Und wenn sie das tun Will ich auf dich warten Okay, alles klar Also ich finde die Einsätze von der Nicole Ja, echt immer cool Aber ich verstehe hier kaum was über die Kopfhörer Dass das so übersteuert Verzerrt Dass man halt immer nur so Nice Nice So wie Batman spricht So wie Batman spricht Okay Nicht okay Ganz uncool Ganz, ganz uncool Go to Admin Office Ja Dann machen wir das mal Wie immer ins Admin Office Das hier schöner Oke bei der Das hier gehe von Wir видим Hier pouvoirs �� In Jason War's Das hier kann ich Parce Das hier was Da sjuk Das hier Wir Ich weiter Weil